tryhard plus was geht youtube und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier in der black ops 3 special woche wir haben eine richtig richtig geile arena runde gefunden und zwar suche und zerstören auf hunted gegen vier leute anton ist natürlich auch am start und gucken wir mal wie das jetzt hier läuft alter alter dicker das sind ja okay ich bin mal echt gespannt gucken und wie unser duo ungeschlagen bleibt damit zusammen einfach laufen ich bin deine starke aus testen und deine starke mal kurz ja ich bin auch da ich hab das im balkon aber die werden allerdings sein ich lenke komplett aus wir müssen jetzt also wir müssen also hin einer mitte mit merken ein habe ich wasser vergehen wir müssen auf jeden fall ein play machen die beiden haben die bombe gelegt ich bin im wasser ich bin im wasser eines im wasser hat mich gepusht er mich gepusht du musst den jetzt haben sonst war es das die machen richtig ernst der ist wahrscheinlich im häuschen drin ich hab richtig dinge du kannst die kills halt safe machen muss eigentlich nur pre er wird jetzt kommen er wird er muss ja kommen aber okay leute die spielen richtig ernst essen dies haben dann gesehen dass er die zeit jetzt genommen hat und anton nicht diffusen konnte ja lass einfach mal mitte pieten würde ich sagen was du bist ab oder ich habe es auch eine m8 für diese runde ach so die mitte meinst du was ich mein ich muss voll aufpassen die vorsichtig mitte die machen richtig ernst ich gehe in dieses haus hinein digga beim wasserfall wow er ist hinter mir hat mich geboxt was er hat sich irgendwie angesneakt durch die mitte ja liverpool er ist im haus vielleicht drin warte oh gott alter das ist echt struggle man wo ist denn die bombe wir müssen ja die bombe planten sonst war es das komplett 2v1 aber das ist gut oh gott digga er müsste meine tür eigentlich haben geh einfach hinten raus oder und piek dann die bombe na ich weiß nicht boah nice move boah digga da habe ich mich richtig nice bewegt richtig aus der situation noch mal raus geholt ich habe es so selten gemacht dass ich warren ansitze und dann zurückgehe das hast du gerade so richtig so instinkt weil ich wusste halt guck mal das habe ich jetzt extra gemacht weil man darf nicht sterben einfach in so einer situation und ich wusste mein teammate hat ihn sowieso und deswegen hätte ich jetzt den tod kassiert und er hätte schnell rüber gezogen und hätte mir sogar noch verlieren können man muss einfach manchmal die killgeilheit so ein bisschen verstecken aber jetzt wird auf jeden fall wieder die vmp ausgepackt ich habe ich habe ich habe wasser kommen ja das war klar digga er kommt war und einer noch aus dem wasser noch einer wasser boah nein digga boah ich habe richtig angst von denen das ist voll scheiße man ich kenne so dass ich kenne so richtig dass es so tommy und bans mit zweiten counts sind aber unsere mates sind auch nicht schlecht boah digga das war belastend das war ein teamkill aber das hat er gewastet aber wenn er ihn schnell holt vielleicht klatscht er noch ja aber das ist jetzt gerade viel zu langsam in der selbe im wasser zwei sekunden er hat ja wow digga nice gespielt man super super der eine ist sogar bei ihm ach so er hat er den gesucht ja wir sind alle hier wir sind wahrscheinlich auch deutsch in unserem team sie wissen dass wir durch sind ja lauf weiter lauf weiter warte warte einer hat uns dann weg einer ist im haus hier drin ich glaube jetzt wird dir der krieg gleich ausbrechen es sind zwei im haus ich habe hier außen wasser grad scheiße warte das ist grad belasten dann einen habe ich er ist hier drin im haus okay das ist gut das war wichtig okay wir bleiben jetzt einfach zusammen dann haben wir das weg ja hat jemand eine aya gedroppt was sei das auf b schnell komm mit ja warte ich darf jetzt nur nicht von hinten sterben alles hier hier bei mir ja ja er ist hinter mir ich habe vorne jetzt brauchst du trade sehr schön genau so okay ich habe mich extra hingelegt nicht dass er uns durch das leist weil wenn er da von links gekommen wäre genau so okay what hast du gesehen wurde bei dir auch angezeigt dass er leicht so weggeflogen ist das war der beste moment meines Lebens okay okay ich habe glitsch lass mal ein play machen auf b komm mit ich geh jetzt einfach vor ja ist egal ist egal wir gucken einfach einer wird warren jetzt kommen okay okay ich geh zurück dann du kannst ein bisschen zurück bleiben ich preemme warren ich bin durch 3 gegen 2 einer ist auf der bridge einer ist auch hier beim Häuschen komm du kannst einen ổn wir gehen wir gehen in B wir gehen in B ich gehe richtig auf und sehe ich jetzt B ich versuche einen Falt zu gewinnen mit dem Acht warte mal ich piek nur kurz ja da ist einer Wasser ja der teammate ist da der teammate ist da wo kannst du da her Ich guck, dass keiner aus dem Wasser und von hinten kommt. Ja, genau. Ich blende hier. Ich blende Richtung unseres Bauch. Das ist echt nicht einfach. Ich gehe gleich ins Wasser, okay? Ja, das wäre gut. Einer ist hier. Er läuft hinten in sein Spawn raus. Ich habe mich auf der Brücke gesehen. Oh mein Gott. Nice. Sehr schön, sehr schön. Die Bombe ist down Richtung unseres Bauch. Okay, muss ich sagen. Sehr gut, sehr gut. Perfekt, Digga. Nein, ich spüre unser Sport. Oh mein Gott, Alter, let's go. Let's go, baby. Holy shit, Alter. Digga, wie reckless du bist, ist das so das Challenged. Du hättest einfach im Wasser bleiben können, weißt du? Ja, muss schon sein, Digga. Das ist heftig, Alter. Muss ich mir auch mal sozusagen zeigen, wer der Boss ist, weißt du? Jeder andere wäre jetzt eigentlich so in die Mitte gelaufen oder halt im Wasser. Digga, das Glitchplay, das war so perfekt, wie er auf mir gelandet ist im Wasser danach. Ja, 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 das veränzt nice, Digga. Okay, let's go. Okay, ich komme jetzt glaube ich auch mal hier ganz billig, diesen B pre-Aim, weil, was soll ich schon machen, Digga? Über die Mitte, wobei, geh du mal vor, das besseres Aim. Ich gucke das von hinten, wobei, ich komme mit, ich komme mit. Ja, aber da müssen wir zu zweit hingehen, weil einer kann aus dem Wasser kommen. Warte, ja, die sind nach vorne. Sauber. Einen habe ich. Warte, der andere noch. Ja, das war klar. Ab ihn. Ja, zieh mir doch. Oh, 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 oh. Warte, weg, 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 weg. Oh Gott, ich bin so hängen geblieben, Digga. Oh, ich wurde geteam-killed, Marcel. Ja, das war belastend. Okay, einer als B. Was musst du denn hier für Moves sein? Das haben wir noch nie gesehen bei dir. Digga, nochmal. Kenn man doch. Einer ist sowieso im Wasser. Mach Ninja Play. Ah, jetzt ist es zu spät. Geh auf Kills, du bist 1, was du schiebst, Marcel, das ist wichtig. Boah, Digga. Boah, krass. Ja, die spielen halt echt... Ja, die spielen halt billig, Digga. Wo war der Maid von dem? Digga, wie schnell war ich down? Du musst mir Headshot gegeben haben. Ja. Drei perfekte Schüsse, ja. Boah, Digga, das ist aber... Das macht richtig Spaß gerade, weil das so... so anspruchsvoll ist. Der eine hat eins aufgedreht, Digga. Der hat drei Kills gemacht gerade. Ja. Der 05 stand. Ich mach einfach mal defensiv hier, Akurs. Ich glaub, die Parks geht eh auf Dingens ab. Ja, ich gucke. Ich hab... Einer ist da bei der Brücke, neben der Brücke. Der hat mich nur gesehen. Ich weiß. Er ist... Ja, nice. Er ist schön. Ich gucke, dass du nicht von hinten getötet wärst. Ich hab Brücke gerade, oben hier. Ich geh mal ein bisschen vor, weil ich hab ne Sub. Ich gehe hier zu Warren. Der geht jetzt zu Dingens, Digga. Der teammate versuchst jetzt die Bombe zu planten. Ja, ja, ich komme. Die planten, die planten. Boah, er ist dritten. Ja, nice. Sehr schön. Drake. Sehr gut. Einer noch. Das... Ja, ja. Oh, papp. Der teammate soll planten. Ja, er pusht die, pusht die. Der teammate ist gestorben, deswegen müssen wir ihn pushen. Ja, eben. Der eine sucht den auch gerade. Der läuft... Lächerlich, Digga. Ohne Witz, dass er nicht gestorben ist. Masai, Masai, plant die Bombe. Versuch's. Warte, ich gucke mal, ob die Bombe ist. Äh, die Bombe ist hier im Wasser. Im Wasser. Ja. Die Bombe. Schaffst du's noch? Nein. Nein. Oh, du hast gechockt, Digga. Du hast es geschafft. Ja. Egal. Digga, wie konnte er sich von meinen Schüssen retten? Das verstehe ich nicht, man. Ja, mit Glitch, ne? Ich gebe den ersten beiden die Milliarden... Guck mal, das war der wichtige Kill, den er hier macht. Das war legendär. Das war wirklich krass von ihm. Dass er diesen Kill hier macht, Digga. Boah. Und dann noch Glitch. What the fuck? Erst nach hinten, Digga. Das war wirklich... Das war top Niveau, was er gerade gespielt hat. Dass er nach hinten gegangen ist. Machst du Camo an? Jetzt mach ich an, ja. Ich bin vorne. Ist da keiner? Niemand. Nee, niemand. Hast du die Bombe? Nein, wir verteidigen doch. Einer ist hier bei mir, Marcel. Boah, hier ist auch einer, Mann, warte. Fuck, Mann. Nein, er hat mich, Digga. Boah, wie gut er das spielt. Sind auf A die plänen A. Zwei gegen zwei. Okay, das ist die wichtige Runde. Wo ist der Typ? Schau mal, wir im Teamate kurz. Ist gestorben. Die haben noch nicht geplantet, ne? Schwimmen wie ein kleines russisches Fischchen. Schwimmen wie ein Fischchen. Let's go, Mann. Oh mein Gott, Digga. Ich bin die Heatwaffe, hast du es gesehen? Ja, Mann. Oh mein Gott. Ich glaube, durch Wasser war die Heatwaffe ein bisschen schwächer oder er war zu weit weg noch. Boah, Digga. Das war richtig geil, Mann. Noch ein K jetzt für nächste Runde. Vielleicht sogar da. Ich fahre vor bei B wieder mit Auto. Ich peek nur kurz. Ah, da ist einer, Digga. Okay. Ich habe mich gezeigt kurz. Also kurz. Hab ihn, hab ihn. Sauber, Digga. Das war sogar... 3 gegen 3, 3 gegen 3. Jetzt schnell vor zu B, Digga. Ja, ich bin schon da. Ich push vorne raus bei B. Kommt, Team, wenn wir pushen raus, muss man. Hier, hier, der ist hier, der ist hier. Hier, unter dir. Ich habe dein Back. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Er frosted, er frosted, pass auf. Ja, du hast einen Sidegridge, sehr gut. Der Mate versucht, den zu holen. Er ist weak, er ist weak. Hilf ihm, hilf ihm, hilf ihm. Das sind beide, das sind beide. Einer ist weak von denen. Du kannst klatschen. So, Sidegridge. Easy kill. Nein, lächerlich. Hast du es gewasted? Nein, nein, ich habe es nicht gewasted. Digga, warte mal. Wo ist er gewesen, Digga? Ich will das jetzt sehen. Ich glaube, Endstiming. Ich bin überein gegangen. Ich bin, oh mein Gott, Digga, lächerlich. Shit. Okay, Anton, Round 11, Anton. Ja, wir sind Defense, das ist ganz gut. Ich denke, die werden wahrscheinlich, ich glaube, die werden jetzt mal A gehen, weil das sind... Lass mal wirklich auch Defense machen, Anton. Lass mal... Ja, ich peek halt hier lang, vorsichtig. Keiner geht auf B halt gerade von uns. Wir stacken halt gerade nur A, ne? Ich bin im Wasser. Gehst du zu Dreh? Dann musst du Reckless gehen. Lass du Reckless. Einer ist im Wasser. Sauber, Digga. Das war einer von den guten. Einer ist noch Mitte. Der will dich traden, der will dich traden. Hab ihn. Nice. Sauber, Anton. Komm auf die Bombe, komm auf die Bombe jetzt. Wir pushen, wir pushen, wir pushen, wir pushen. Ich guck noch kurz, ob ich hier im Haus ist. Ne. Lass Wall ran. Welche Seite haben die... Warte, warte, ich bin drauf, ich bin drauf. Die haben zu deren... Masse... Kinetic, kinetic, kinetic. Nein. Ich hab ihn so angeschossen, da. Kinetic, Digga. Digga, das war... Digga, das war... So Timing erwischt, ja. Das waren die besten Spiele, gegen die ich jemals in diesem Modus gespielt hab. 100 Pro, Digga. 100%ig. Schau, schau, wie weak er war. Ach du Scheiße. Er war zwei oder drei Schüsse höchstens. Aber weißt du was? Die Runde fand ich übelst geil. Die lasse ich einfach jetzt genauso stehen. Weil die war nice. Wir haben zwar leider verloren, aber wir haben alles gegeben, Leute. Beide gute Runde gespielt. Beide einmal übelst geklatscht. Ja, auf jeden Fall, Digga. Lasst dem Video ein Like da, würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dahin und ciao. Tschüss.